Willkommen zurück von The Nun. Jetzt gucken wir mal, ich hab jetzt da letztes Mal... Ah ja, willkommen zurück. Leider. Der wollte mitspielen. Warte mal, ich muss noch was anderes machen hier. Damit er sich neben mich setzen kann. Gleichzeitig. Ich hab Scare. Hier wird man ihn für ein Messer stricken. Okay, hör mal auf. Entschuldigung, dass ich letztes Mal in meinem letzten Video unterbrochen habe. Ich hab's einfach gemacht, vor lauter... Ja, vor lauter Panne. Okay. Wir spielen einfach weiter. Spielen. Einfach weiter. Und... Der tut. Einfach, wie immer. Ich spiel. Und dann gucken wir mal. Hat's schon gemacht, der Tote? Der Tote... Ich spiele weiter. Ist jetzt auch egal. Niemals. Genau, niemals. Ich hatte doch den Tote. Genau. Ich hoffe, dass ihr noch versteht. Weil ich hab jetzt nur dieses Mikrofon. Ich bin mit dem Tote. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin zu leise. Mal gucken, wie es denn weitergeht im Opfer. So, ich bin mal gespannt, ob Ja, die Nachbarn nicht auch Wunderbar, das haben wir ja auch total gut gelöst Warte mal, ich muss erst mal gerade hier was aufräumen Ey, ich spiele hier Wir haben noch gar nichts aufgeräumt Jetzt gucken wir noch mal gerade, jetzt müssen wir noch mal hier hoch Ob wir hier Ne, ist zu Also warte mal, die kleine Küche, die Küche war hier, glaube ich Ne, war hier, oder? Oh Gott, kommt jetzt gleich wieder Jetzt muss ich erst mal gerade gucken, ob ich das wieder hinkriege Wie vorerst mal Wie letztes Mal, da war es eigentlich Hier geht es runter, gehen wir mal hier durch Ey, wo ist denn die scheiß Wo ist die scheiß Ja, wo ist die scheiß Küche denn? Ah nein Die, ja, die kommt, die, äh Die kommt auch leider unter dieses Teil daher Also, wir müssen noch mal Ich hoffe, dein Körper kann diese Verpflichtung Otherwise, ich werde dich verraten Oh Gott, ey Der Schattel ist zu nah am Mund Geil, blutiert doch mal Geil, blutiert doch mal Geil, blutiert doch mal Nein, hier ist aber nicht das Ding Ne, weis es woanders war Hier ist doch die, da ist die Sicherung Da ist die Sicherung Da ist die Sicherung Hammer Schroren Warte, ich musste mir hier entlang Könnt die da hoch? Ne. Die summt hier rum, ne? Äh. Hier halt mal. Hier, so. Also wenn jetzt eine Sicherung reinpasst, dann... Erstmal musst du die, äh, erstmal musst du die, ähm... Ja, war's doch. Ah, alles klar, gut. Äh. Alter, raus. Ne, hier. Ach, hier, genau. Ich hab's gewusst. Die Tür geht natürlich. Ja, ja, gut, dann haben wir das. Jetzt müssen wir hier erstmal runter. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir an dieser blöden Cooler vorbeikommen, ohne... Ja, ohne... Das bedeutet, wir müssen das Erdmann hier erst lang. Hier entlang, hier entlang, hier entlang. So, ich bin so ein bisschen so weit, ich hab... Ich will nicht, dass es wieder so kracht in euren Ohren. Ich guck mal gerade, hier muss da irgendwo rausgehen. Ich kann mir so Wege so unheimlich schlecht merken hier mit solchen Gäben. Wenn ich Auto fahre, wenn ich Auto fahre, geht das eher. Aber hier so bei Gäben so, oder wäre es schlimm? Ach, das ist auch noch wieder... Ah, hier geht's raus. Das war doch irgendwo... Ach, ja, genau. Kannst du dann hier das nehmen? Ah, nee, der Fingerabdruck heißt, dass ich das hergegen kann. So, es ist mal, grad mal gucken. Ah, ich guck mal, grad hier an dem Typen. Der Typ hier noch drin. Der Typ ist drin, ja, gut. So, dann bin ich nämlich hier entlang gegangen und konnte hier irgendwo rein. Regulieren, ja, genau, jetzt gehen wir erst mal rein. So, ist Däumer und zwar hier runter. Hier war irgendwo ein Schlüssel, glaub ich. Ah, hier ist ein Schlüssel. Ich hänge eben den Strumpen. Guck mal. Du hängst im Schrank drin, du kommst nicht mal raus. Jetzt komm ich weiter. Okay. Nee. Doch, ist doch ein Schlüssel, oder? Ist ein Schlüssel. Kunstunterricht. Ach, krass. Dann kommst du in den Kunstunterrichtsraum. Ja, aber ich krieg den Schlüssel nicht. Was ist das? Ja, ist vielleicht verpackt der Schlüssel, wahrscheinlich, ne? Ah, hier ist das ganz schön neben. Kunstunterricht? Von der Seite ist das Schlüssel auch. Kunstunterricht? Okay. Ist die schon weggefahren. Hä? Scheiße. Ich hab' dich erschreckt. Ich hab' dich gesehen. Mal gerade gucken. Keiner will sehen. Was war das? Grundsunterricht. Grundsunterricht. Wo soll das sein? Soll das im Haus sein? Das ist jetzt das Haus. Okay, wir gehen noch mal hier runter. Geh' noch mal hier rein in das Haus. Kann man's hier öffnen? Nein. Ich guck' mal gerade hier drin, ne? Ja. Und das ist doch da bestimmt, wo diese Kinder sind, ne? Also ich... Ich müsste eher in den Autopallen sein. Ich guck' mal grad... Ah, hier. Hier vielleicht... Okay. Kunst, Kunst. Mal grad gucken, welche Tür ist. Es war ja nicht hier dicht. Da stand einer, wo der Tod stand. Schwester Mary ist unmächtig. Ich weiß nicht... Es ist nicht so warm, oder so. Und ja, klink' mal... Hier vielleicht, ne? Das müsste ein anderer drauf sein. Wie ist die denn ohnmächtig? Ich weiß es nicht. Warte mal, aber hier vielleicht? Das geht da nicht. Da hast du noch einen Schlüssel dafür. Das ist unmächtig, das ist hier. Warte mal, wo den... Warte mal, wo denn da... Warte mal, wo denn da... Das war doch Türen mit Schlüssel. wo war denn hier ist auch nix geht auch nicht ich suche jetzt gerade diese tür wo der schlüssel passt das ist der farbeimer für die ich sollte hier irgendwie klamotten soll ich drecklich machen nur welche klamotten denn in dem auto oder was war das okay alles klar merkt ihr das mal wir müssen den schlüsseln holen wir gehen jetzt noch mal hier rüber hier war aber nichts was mit dem ihr kannst nichts machen weil es nur eine hand mal hier vorbei vorbei die holt es gerade die will ja auch wieder genau jetzt hat die truhe geöffnet so jetzt geht sie wieder was war denn jetzt er hat doch die tour geöffnet ja warum hast du nicht aufgekriegt ich schläft ob mani gottes ja noch langsamer er geht noch langsamer genau verschwinde verschwinde ich wache ganz langsamer ich bin gespannt ja die alte kackpratze ok ok ich guck mal gerade was laufen da noch durch die mädchen zu kommen ahja ok also bitte komm später wieder ok lieber hoch warte mal fähre ich irgendwo noch was hier war nichts ne warte mal gar nicht geh mal kurz hier rein warte mal kurz wo hier noch hand abdrücke sind warte mal gerade warte mal hier hier war doch ne wo war die wo war die scheiß treppe warte mal gerade wo brennt es denn hier hier brennt es da war die treppe da da war unten glaube ich irgendwo noch so ein handabdruck da will ich jetzt mal hin hier hier Türen zu schließen ich will sie mal nicht ich will sie mal nicht ich will sie mal nicht auf öffnen da war hier nichts da war hier nichts du ist ja mal hin hier 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 war mein zimmer aber das hatte ich hier auch oder nicht da war gar nicht so genau erreicht die wäscherei nutze die neue rampe um die bekleckert die kleidung flucht im lastwagen um zu den lastwagen zu fahren während du dich in der truhe versteckst ähm also noch mal zurück ich hoffe die kommt nicht gerade hier ist sie nicht da ist sie da ist sie ich hole sie gerade latschen ich hole gerade weg latschen nur ein paar mehr Sledgehammers und du bist bereit zu arbeiten in der laundry das habe ich jetzt noch ich muss das alles noch mal neu machen oder macht aber gerade jetzt gehen wir hier wieder runter die frau guck mal da jetzt muss ich sogar mal gucken dass die frau jetzt weg fährt gestört 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 wird ich habe die farbeimer weggeworfen macht aber der farbeimer ist ja hier sein dann geht in die glocke los wenn ich jetzt hier bleibe die müsste ja im prinzip wenn die wäsche drin wagen rennen und da muss ich auch direkt in den wagen springen erreiche die wäscherei nutziert am bonia begleitet habe ich alles gemacht während du in der wäscherei und dann wieder verstecken Ich war eine Rosinen-Schnecke. Wie habe ich denn vorher? Ich habe sie nur angeguckt und dann kam die Fliegeflogen. Stimmt. Du hast sie nur angeguckt. Einmal! Und sie hat sich angeguckt und hat geschrien und ist weggelaufen. Ich habe es da. Durch den Ball erschreckt wird. Da ist ein Potsch. Geht schon. Oder nach. Philadelphia. Mach auf du Philadelphia. Philadelphia. Philadelphia ist die beste Freundin, die wir haben. Dauernd aufgewacht. Jetzt ist sie dauernd aufgewacht. Ja, aber dann schläft sie, weil sie weiß, dass sie das machen müssen. Und dann kommt sie schnell, falls sie weiß, sie weiß es. Stimmt. Und gar frei. Philadelphia. Ja. Wie willst du die denn befreien? Ja. Ja. Das kommt bestimmt sicher. Da muss bestimmt ein Hammer einfach so. Zeitbissen, sondern wir sind 21 Tage bitte. Das ist nicht die Stärke fest. Was steht hier? Wenn der letzte Wäsche nach oben bringt, läutet die Glocke. Wenn du richtig schmutzige Wäsche zum Waschen bringst, dauert es mindestens eine Woche, um sie zu reinigen. Ach du Scheiße, ey. Ganscher, doch wohl wie. Ach shit, ey. Die Glocke habe ich die Sau. Behave better, or the Lord will punish you again, child. Aber schläft die jetzt 21 Tage? Ich muss, ich muss wahrscheinlich runter irgendwie, aber wie geht's all das denn gehen jetzt? Oh du bist das? Nein. Ja. Das ist beispielsweise ein Schlepp. Wollte es in? Ähh. aber nur ganz kurz und dann gehst du wieder auf ins Bett mit Du gehst sofort ins Bett, du bist mit Richtig Einfach haben aufgekockt und dann schläfst du für ne Weile für acht Jahre oder mehr oder eins Ist auch schon mal rausgefunden, ist auch ganz gut Wir kommen irgendwann auch rein, der tot, das ist mein Zimmer Ja Da ist dein Zimmer, wo du dran verweilen würdest für achzig Jahre oder mehr Wir kommen natürlich hier, hier staunen und hier hinten und hier hinten Na, der hat immer noch kommen Ist mein Fuß verstaut hier etc Ja Lass uns hier 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 Willkommen in der Barsche! Willkommen in der Barsche! Willkommen in der Barsche! Ja, wer ist das? Ich habe dich. Boy with blue hands. Ich habe schon mal einen Händchen. Ich habe einen Blue Hand. Kann man wie Blue Kuh schon mit haben? Ja, die hat eben mit dir geredet. Telefonisch halt, ne? Mit einem Anruf bereit. Händchen, wie heißt deine Telefon? Du hast alles verletzt, komm mit mir. Lauf wie du noch nie gelaufen bist. Lauf gut. Ich habe mich auch eingesperrt. Ich muss ihn irgendwann mal rechnen. Er rennt immer dabei. Ich weiß es nicht mal. Wieso bin ich jetzt da durchgekommen? Du hast dich halt aufgemacht. Ja, richtig. Du hast einfach den Knopf gedrückt und dann ist das Tor aufgegangen. Wie Zauberei, Alter. Ein Mechanisten hast du im Tor noch betätigt. Schön. Voll die blöde Kuh. Und die sagt ja immer Muu. Voll die blöde Kuh. Jaaa. Muuu. Muuu. Lagt sie immer auf dem Abend. Fragen soll man denn denn weg? Ja, hör mal. Es steht immer ein Weg rum. Mensch, Mensch. Sie sind da so eingesperrt. Der hat Angst. Der hat sich jetzt um den Kuh zu spüren. Der hat Angst. Oh, krass. Ich möchte zwei Kino Tickets haben bitte für den neuen Filmfilm. Ja, hat mich schlossen. Ja, die blöde Kuh schläft jetzt. Und jetzt? Was machst du denn jetzt? Du hast Weine gehört. Wenn du mir vertraust, werden wir sie retten. Gehen! Ich hab nicht geraucht. Kommt jetzt? Ja, was macht man denn jetzt? Wie können wir die den wecken? Wenn ich rein wohnen müsste, dann wird man schon wieder weiter. Komm an, komm an, komm an, komm an, komm an, komm an. Gehen wir mal hier an der Seite was? Ja. Da ist auch was aufgebaut. Da ist auch rot. Das war die Penny. Das ist Splinde. Normalerweise müsste hier die ganzen Teile rumlatschen, weil die... Da ist auch wieder rot. Ist das? Da ist... Achso, da! Das war die... Das ist der absolute Hammer! Was können wir denn jetzt machen? Oh, komm, komm, stell da! Da ist immer noch... Wo ist die Schrammessen? Ne, lecker... 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 ...Randensuppe! Ich war alle Tassen am Zaun. Ich war alle Tassen am Schramm. Ich war alle Tassen am Schramm. Die hat sogar nicht nachgeschraut. Wie kann man denn jetzt? Soll ich jetzt 21 Tage gesitzen bleiben oder was? Na ja! Na! Kaffee trinken und mal... Ne! Warten und Tee trinken! Ja, wir haben jetzt gleich 30 Minuten rum. Ah, scheiße! Ey, wir haben schon eine halbe Stunde rum? Ja! Das geht schnell! 30 Minuten! Ja, leck mich doch am Delay! Ja! Ist wie ein angebrochener Abend! Gut, dann würde ich sagen, wir benden jetzt die Folge. Ich danke euch zum Zugucken! Ja! Ne? Hahaha! Der Sai und... Und äh... Treasure Mary! Ja! Alles klar! Wir sehen uns gleich wieder! Äh... Bei der nächsten Folge! Ich grüß euch alle! Dann müssen wir mal gucken, wie wir die AL wegkriegen. Naja, müssen wir mal schauen. Aber wir werden schon eine Lösung finden, wie wir das schaffen. Alles klar! Bis dann! Bis dann! Tschüss!